I used to see you fuck in the shade of the trees from the lights and the leaves to the bites on your knees kill the universe might get a sight of the breeze you're not psychic you're free I'm the architect So Leute willkommen zu einem neuen Video in diesem Video werde ich euch erklären wie ihr zu eurem Verein kommen könnt Nämlich viele wundern sich in diesem neuen Menü wo man eigentlich zu dem neuen Verein zu seinem Verein kommen kann Und das erkläre ich euch nämlich das ganz leichte geht zu diesem Hauptmenü wo hier alles sieht Dann geht ihr auf Transfers Dann geht ihr auf Transferliste Und dann drückt ihr wenn ihr in der Transferliste seid drückt ihr einmal L3 den linken Stick rein Und schon seid ihr in eurem Verein Und jetzt könnt ihr alles auswählen was ihr wollt zum Beispiel Verbrauchseitems Da habt ihr alles auf einen Schlag Und ja das war es eigentlich schon recht kurz erklärt Wenn es euch gefallen hat und geholfen hat lasst auf jeden Fall gerne ein Abo und ein Like da Und dann würde ich sagen haut rein Und dann würde ich sagen haut rein